Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs TCM für dein Pferd. Bevor wir mit den Inhalten beginnen, möchte ich mich gerne einmal vorstellen, damit du weißt, wer dich durch diesen Kurs begleitet. Außerdem gebe ich dir einen Überblick über die Inhalte, damit du weißt, was dich in diesem Kurs erwartet. Mein Name ist Christina Wollseifen und ich lebe mit meinem Mann und meinem Sohn in Düren in der Voreifel. Zu unserer Familie gehören außerdem noch zwei Ponys, zwei Hunde und zwei Katzen. Mit meiner mobilen Praxis für traditionelle chinesische Medizin bin ich in und um Düren tätig. Die Schwerpunkte meiner Behandlung liegen in der Akupunktur und der Futtermittelberatung. Erste Praxiserfahrungen mit der TCM konnte ich bereits im Rahmen meiner Ausbildung zur Pferde Physiotherapeutin machen. Denn hier war die Akupressur ein fester Bestandteil. Auf dem Bild seht ihr meine Isi-Stute Pretta. Sie ist ein Milz-Typ durch und durch. Unsere Hündin Wilma hingegen ist das komplette Gegenteil, denn sie ist ein Herz-Nieren-Misch-Typ und damit immer sehr quirlig und außer Rand und Band. In diesem Bild seht ihr dann auch noch unser zweites Pony, den kleinen Palu, ein Chetty-Wallach, der jetzt mittlerweile vier Jahre alt ist. Kurz dazu, warum ich zur TCM gekommen bin und weshalb sie mich so fasziniert. Mit der TCM arbeitet man im Dialog mit dem Körper, denn man erhält sehr schnell Rückmeldungen, ob die gewählte Behandlung erfolgreich ist oder nicht. Außerdem werden in der TCM nicht nur Symptome begutachtet und behandelt, sondern der Körper als Gesamtheit gesehen. Dazu gehört dann auch die Entwicklung von Krankheiten sowie das emotionale Wohlbefinden. Nun noch etwas zu den Zielen dieses Kurses. Das Ziel des Kurses ist, dass du dein Pferd aus Sicht der TCM einschätzen kannst und am Ende des Kurses weißt, wie du es am besten unterstützt. Dazu gebe ich dir einen kleinen Koffer an Behandlungsmethoden mit an die Hand, mit denen du das Wohlbefinden deines Pferdes stärken kannst. Dazu gehören zum Beispiel die wichtigsten Akupressurpunkte, verschiedene Massagetechniken oder auch die Vorstellung verschiedener Futtermittel und Heilpflanzen. Nach dem Kurs kannst du die Fütterung und andere unterstützende Methoden an das jeweilige Wohlbefinden deines Pferdes anpassen. Denn du wirst sehen, dass sich das Wohlbefinden deines Pferdes im Laufe des Jahres wandelt, genauso wie sich die Energie des Pferdes wandelt. Dies alles funktioniert nur, wenn man die wichtigsten Grundlagen der TCM lernt. Deswegen sind auch diese Teil des Kurses. Hier nun ein Überblick über die verschiedenen Lektionen. Die erste Lektion beschäftigt sich mit den vitalen Substanzen. Dazu gehören Qi, Blut, Ying, also die Essenz und Shen, der Geist. Nach dieser Lektion kannst du einschätzen, ob eine der vitalen Substanzen bei deinem Pferd im Ungleichgewicht ist und du erfährst, wie du dieses Ungleichgewicht beheben kannst. In der zweiten Lektion beschäftigen wir uns mit der Organuhr. Durch die Organuhr lernst du den Rhythmus und den Wandel der Energie im Laufe des Tages kennen und erfährst, wie du dein Pferd mit Hilfe der Organuhr unterstützen kannst. In der dritten Lektion geht es um Yin und Yang. Am Ende der Lektion bist du in der Lage, zu einzuschätzen, ob bei deinem Pferd das Yin oder das Yang überwiegt. Und ich stelle dir gleichzeitig Methoden vor, mit denen du Yin und Yang ins Gleichgewicht bringen kannst. In der vierten Lektion besprechen wir die fünf Wandlungsphasen. Diese sind ein wichtiges Denkmodell in der TCM. Mit Hilfe der fünf Wandlungsphasen lernst du wichtige Zusammenhänge zwischen dem Körper und seiner Umwelt kennen. In der fünften Lektion besprechen wir Meridiane. Du lernst, wo die Meridiane verlaufen und wie man Störungen erkennt und eventuell beheben kann. In der sechsten Lektion gibt es einen Typentest. In dieser Lektion findest du heraus, zu welchem der fünf Pferdetypen dein Pferd gehört. Im siebten Kapitel sprechen wir über die Methoden. Ich stelle euch vor, wie eine Akupressur abläuft und wie ihr eure Pferde mit Hilfe von Futter und Heilpflanzen unterstützen könnt. Die nachfolgenden Lektionen beschäftigen sich dann mit den jeweiligen Pferdetypen. Dort werden die Eigenschaften und Krankheitsneigungen noch einmal vorgestellt, ebenso wie die Möglichkeiten der Unterstützung bei typischen Erkrankungen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Online-Kurs. Wenn du Fragen hast oder Rückmeldungen zum Kurs, dann schreib mir gerne eine E-Mail an post.slaka-pferde.de Ich bin mir auf. Untertitelung des ZDF, 2020